Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Wenn ihr das Bild seht, wisst ihr genau, heute geht es wieder um Tibber und jup, wir schauen mal wieder eine Woche zurück und gucken mal, wie sich die Preise denn so entwickelt haben. Noch ganz kurz vorweg, für jeden, der zu Tibber wechseln möchte, der kann gern unten meinen Link verwenden. Da bekommt ihr 50 Euro und ich bekomme auch einen Bonus und mit dem können wir dann im Endeffekt in den Shop von Tibber einkaufen. Und wenn ihr auch schon bei Tibber seid, und zwar das nicht länger als 12 Monate, dann könnt ihr hier auf Bonus klicken in der App. Und da könnt ihr dann einen Code eingeben, ich blende euch den mal hier unten ein, das ist meiner. Wie gesagt, das geht in den ersten 12 Monaten, dann bekommt ihr eben noch den Bonus für 50 Euro und könnt damit eben auch im Store einkaufen und ich bekomme auch noch was. Und damit unterstützt ihr auch meinen Kanal, würde mich freuen, wenn ihr das tut. So, aber jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was denn die Preise in den letzten 7 Tagen so gemacht haben. Also momentan können wir sehen, habe ich ja hier 26 Cent und wenn ich mal draufklicke, dann sehen wir uns mal die aktuellen 2 Tage, wenn es dann irgendwann mal kommt, ziemlich langsam. So, und da können wir sehen, wo wir momentan stehen, also die letzten 2 Tage haben wir einen Durchschnittspreis von 28 Cent. Hier sind wir momentan, gestern hatten wir geschmeidige Preise von 39,4 Cent, ganz schön heftig. Und der günstigste Preis wäre 19,9 Cent, über die 2 Tage ist es gewesen, das wäre heute von 12 bis 13 Uhr. Also, wir gehen nochmal ganz kurz runter und klicken mal hier die Steuern und Abgaben raus. Dann können wir nochmal sehen, wie das an der Strombörse so war, über die 2 Tage. Also im Schnitt waren es 8 Cent und hier beim tiefsten wären es 1,1 Cent an der Börse und hier waren es, wow, 17,5 Cent Strompreis an der Börse. Aber wir wollten uns ja die letzten 7 Tage anschauen und deswegen würde ich sagen, gehen wir hier runter, klicken wir das wieder rein und dann gehen wir mal auf Historie und jetzt können wir uns mal die letzten 7 Tage anschauen. Und das Erste, was natürlich klein ins Auge springt, ist, wir haben einen Durchschnittspreis von 27 Cent und das ist schon heftig. Bevor wir uns die Details hier anschauen, hier bei Check24 nochmal ganz kurz, der Tarif, den ich letzte Woche mal ausgesucht hatte mit 22, irgendwas Cent, den gibt es so auch nicht mehr von Grünwelt. Es gibt jetzt nur noch einen hier mit knapp 25 Cent pro Kilowattstunde und ich glaube auch der Grundpreis hat sich erhöht. Ich glaube, der war mit 13 Euro irgendwas günstiger, jetzt sind es 15,10 Euro, kann mich aber auch täuschen. Aber man kann schon sehen, auch hier gehen die Preise hoch. Ja und hoffe, ich bereue in ein paar Monaten nicht, dass ich nicht doch gewechselt habe, denn wenn ich die Preise anschaue bei Tipper, da wird es einem doch schon ein bisschen anders. Eigentlich bin ich zu Tipper gewechselt, um, ja, sag ich mal, tagsüber einen normalen Strompreis zu bezahlen, dann eben ab und zu die Möglichkeit zu haben, meinen Tesla ganz günstig zu laden. Und das sehe ich momentan so nicht, momentan ist es wirklich schwierig. Wie gesagt, Durchschnittspreis 27 Cent und wenn wir jetzt mal so von links nach rechts ein bisschen durchgehen, kann man sehen, hier ist 27 Cent, dann hat man hier 31 Cent, knapp 32, morgens um 8, dann hat man wieder ein bisschen günstiger auf 25 Cent und dann ging es wieder hoch auf 34 Cent und dann in der Nacht wieder auf 32 Cent hoch, dann ging es runter auf 26 und dann hier Wahnsinn, ja, 38,6 Cent, 18 bis 19 Uhr am Mittwochabend. Dann geht es wieder ein bisschen runter, immer so ein bisschen Schlangenlinie, aber man kann sehen, alles im orangenen Bereich, also eher über dem Durchschnittspreis und dann eben hier wieder 33 Cent, dann wieder ein bisschen günstiger, 24,7, 24,5 und dann wurden die Preise günstiger, übers Wochenende natürlich und da ging es dann runter bis auf, was haben wir hier, 17,6 Cent. Das war natürlich super von 14 bis 15 Uhr, aber halt auch nur ein relativ kurzes Plateau hier, um Auto zu laden, das sind gerade mal, was haben wir hier, ja, 1, 2, 3, 4, 5, äh, 6 Stunden, reicht eigentlich, um den Tesla vollzukriegen mit 11 kW. Ja, dann ging es wieder etwas hoch und am Sonntag dann hier ein ganz langes, günstiges Plateau, 18,6 Cent, da gucken wir uns gleich mal noch die Börsenstrompreise an, was sind da die Börsenstrompreise waren und dann ging es zack wieder hoch zum Beginn der Woche und dann eben hier mit einem ganz tollen Peak, der leider in die falsche Richtung geht, mit 39,4 Cent, also fast 40 Cent Strompreis. Das ist schon richtig heftig, ja, und dann ging es hier wieder runter und dann gab es einen ganz kurzen Peak nach unten mit 19,9 Cent und dann ging es wieder hoch. Also, ja, 27 Cent die letzten 7 Tage ist nicht billig, finde ich, vor allem wenn wir auch überlegt, ich glaube, ich habe einen Grundpreis von 17 Euro irgendwas und wie ihr wisst, ich hatte ja Probleme mit meiner PV-Anlage, die funktioniert Gott sei Dank wieder, aber LG hat mir da nicht geholfen, ich habe mir da selber beholfen. Wie genau, das werde ich euch noch zeigen, deswegen sind die Preise für mich jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn natürlich die Preise so bleiben würden und ich hätte keine PV-Anlage, wäre das natürlich ein richtig teurer Spaß. Wir können gleich mal kurz in die Rechnung für den März reinschauen, was ich denn so pro Tag verbraucht habe, das gucken wir uns gleich mal an, aber jetzt machen wir ganz kurz noch hier die Abgaben und Steuern raus und dann können wir sehen, was waren denn die Börsenstrompreise. Also im Schnitt hat man hier 7 Cent an der Börse und wir hatten dann hier eben solche Peaks wie 16 Cent und hier 17,5 Cent und hier gab es dann eben 0 Cent in längerem Zeitraum, also das ist natürlich super. Das heißt 0 Cent, jetzt können wir nochmal ganz kurz Steuern und Abgaben reinmachen, das heißt meine Steuern und Abgaben sind momentan bei 18,6 Cent. Ja, schon heftig, 18,6 Cent. Gut, dann hat man hier sogar einmal negative Preise, 0,6 Cent Minus an der Börse. Auch interessant, also da sieht man auch, dass Tiber die wirklich weitergibt, 0,8 Cent sogar und den Rest haben wir uns ja schon angeschaut. Wenn wir uns da mal noch kurz im Monat anschauen, ich habe mal die Steuern und Abgaben wieder reingemacht, da kann man sehen, dass wir im Schnitt hier 26 Cent haben. Und wenn wir mal aufs Jahr gehen, hui, sind wir bei 28 Cent, was wir in den letzten 12 Monaten an Durchschnittspreis hatten. Das ist schon richtig viel. Gut, also haben wir uns mal die Preise mal angeschaut. Ich denke, ziemlich schwankend, wie es ja bei Tiber meistens so ist, aber leider diese günstigen Peaks relativ wenige. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz noch meine Rechnung an, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, wo landen wir denn so. Für die, die meinen Kanal nicht so verfolgen, das ist ja mein Verbrauchs- und Ertragssheet von meiner PV-Anlage. Und da können wir sehen, also ich habe so verbrauchstechnisch im Februar letztes Jahr 903 Kilowattstunden gehabt und im März dann 1001 und im Jahr davor waren es 1092 Kilowattstunden. Also der Verbrauch ist doch relativ hoch, gerade eben im März. Und wenn ich das natürlich dann jetzt mit Tiber einkaufen müsste, mit den Strompreisen, dann wäre das ein richtig teurer Spaß. Wir können sie mal ganz kurz hochrechnen, 1092 Kilowattstunden nehmen und machen das mal mal 0,27. Da werden das 294 Euro nur Stromkosten und dann kommen ja noch die 17 Euro Grundgebühr circa rein. Aber das würde ich sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was ich denn momentan verbraucht habe im März. Wenn wir hier auf März gehen, können wir sehen, ich habe bisher 109 Euro an Stromkosten produziert. Und da kann man am Anfang eben sehen, da hatte ich doch einiges an Stromverbrauch, weil eben meine PV-Anlage nicht funktioniert hat. Und dann kann man sehen, hier gegen Ende hat sie dann wieder funktioniert. Details dazu kommen eben noch. Aber man kann schon sehen, gerade wenn man das täglich aufgeschlüsselt bekommt, was man durchaus an Stromkosten pro Tag hat. Also hier 7,52 Euro, dann waren es 10,81 Euro, 9,21 Euro. Dann hier 13,70 Euro an einem Tag an Stromkosten. Und dann hier, Gott sei Dank, pendelt sich das ein bisschen ein. Und jetzt die letzten Tage, wo ich meine PV-Anlage habe, eben auch mit dem größeren Speicher schon. Ich habe jetzt in knapp 17 Kilowattstunden Speicher im Keller und da merkt man schon, dass ich eigentlich, wenn es tagsüber gut sonnig ist und der Speicher eben am Abend gefüllt wird, ich kaum zukaufen muss. Aber trotzdem kann man sehen, ich habe jetzt im Endeffekt im Monat schon 109 Euro an Stromkosten. 350 Kilowattstunden waren das insgesamt. Da sind natürlich schon die 17 Euro Grundgebühr mit dabei. Und wenn wir jetzt mal wieder unseren Rechner nehmen und wir sagen, die 109 Euro minus die 17 Euro Grundgebühr. Und wenn wir das dann durch die 350 Kilowattstunden teilen, dann sind wir eben bei einem Strompreis im Schnitt von 26,3 Cent bisher im März. Aber wir kriegen ja dann im April noch eine genauere Abrechnung. Da sehen wir dann auch den Durchschnittspreis. So, das bedeutet also, die Strompreise momentan sind eher free. 28 Cent in den letzten zwei Tagen. Die letzten sieben Tage 27 Cent. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze besser wird. Wie gesagt, mich trifft es nicht mehr ganz so arg, weil meine PV-Anlage wieder funktioniert und mein Speicher eigentlich die ganze Nacht auch abdecken kann. Aber wenn natürlich tagsüber nicht viel vom Dach kommt und der Speicher nicht voll ist, muss ich natürlich auch zukaufen. Und wenn ich dann hier nachts zukaufen muss, dann sind es halt auch hier, man kann sehen, 720 oder 26 Cent. Und das ist dann nicht billig, vor allem wenn man mit dem vergleicht, was man bei Check24 so bekommt. Beziehungsweise bekommt man hat bis noch vor zwei, drei Tagen. So, dann würde ich sagen, dann hören wir hier auf, dann hören wir uns in der Woche wieder. Und dann gucken wir uns die Preise nochmal an und dann hoffen wir mal, dass die Preise besser sind. Und dann können wir mal ein erstes Fazit ziehen, was mir denn der erste Monat gekostet hat. Und für die, die es noch nicht wissen, ich habe ja das Excel-Sheet hier gebaut. Da tragen wir dann schön die Durchschnittspreise ein, die ich in den einzelnen Monaten bezahlt habe. Und vergleichen das mit den Tarifen, die es eben zu dem Zeitpunkt gab, als ich mich für Tipper entschieden habe. Und dann wird man sehen, ob ich spare oder ob ich drauflege. Wenn ihr das Excel-Sheet haben wollt, das könnt ihr euch gerne runterladen. Link verlinke ich euch unten. Und wenn ihr das Excel-Sheet für die PV-Anlage haben wollt, das findet ihr bei dem Video hier. Das verlinke ich euch mal da. Da erkläre ich genau, wie das funktioniert. Aber auch da kommt bald nochmal ein neues Video raus. Denn man kann es hier schon sehen, ich habe hier eine Änderung in dem Excel-Sheet vorgenommen. Man kann jetzt in Zukunft die Preise monatlich eingeben. Macht es einfacher für jemanden, der Tipper hat. Und macht es natürlich auch einfacher, wenn sich unter dem Jahr mal der Strompreis ändert, weil man einen neuen Stromvertrag hat zum Beispiel. So, das soll es dann hier gewesen sein mit Tipper und den Preisen. Wir hören uns in der Woche wieder. In dem Fall, macht es gut, bleibt gesund. Euer Steffen von Retro & Future. Ciao. Ciao.